Willkommen auf dem Kanal von Meldin von MTG. Heute mit einem neuen Unboxing-Video. Heute eröffnen wir zweimal Jay's Signature Spellbook. Wir sehen uns nach dem Intro. Vor dem Unboxing werden wir noch kurz die Verlosung durchführen. Wir werden mit dem Random Comment Picker automatisch aus allen Comments unter dem Video jetzt den Gewinner auswählen und dann quasi verständigen. Und gewonnen hat Desiree Lampel. Viel Spaß mit den Sleeves und dem Booster. Und gleich geht's weiter mit dem Unboxing. Und wir starten mit dem ersten Spellbook. Und das erste Booster wird sie. Ich hab da Foilis auf der Unterseite. Ja. Wir legen es auf. Zum Inhalt brauchen wir nicht sagen. Es ist immer der gleiche Inhalt. Der ist nicht variabel. Wir haben leider jetzt, man sieht es da schon beim Liegen. Leicht gekurlt auch schon. Aber nicht so tragisch. Es ist Foilis da. Leicht gekurlt. Und wir haben einen Counterspell in Foil. Leider von Foilin ein bisschen beschädigt. Aber das müssen wir uns nicht aufhalten. Wir gehen weiter mit dem zweiten. Ah. Jetzt ist das Booster direkt komplett geöffnet. Diesmal haben wir einen Blue Elemental Blaster Foil. Und die anderen Karten sind wieder gleich. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.